Yo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von TTET und mit dabei habe ich hier vor mir den Bleddick. Ich bin nicht mehr vor dir. Nee, bist auch gerade abgehauen. Dann hier den Storm, der jetzt den Weg hier runter gehen will. Hallo. Dann natürlich auch den Atter. Wenn ich hier auf dieser Web noch einmal inno werde nach dieser Runde, dann range-skill ich wirklich. Okay, Aesthetik. Hi. Ups, da war noch mein Web-Pod deaktiviert. Guten Abend. Mathis. Jahu. Und Sascha. Jauber. Salz. Jetzt weckt das wieder mit dem Salz und die Runde ist übrigens freigegeben. Ich hatte ja alles genau. Ich muss revidieren meine Aussage, wenn ich nach dieser Folge, wenn ich nach dieser Folge inno werde, äh nach dieser Runde, dann range-skill ich nicht, wenn ich nochmal inno werde. Also Dete, ich wäre schon zufrieden. Stopp mit Diegel. Wer ist da? Wie kann ich erschießen? Bleddy. Nimm mich, ich bin inno. Bleddy wirft irgendwelche Granaten hoch. Ey, ich soll wegen, kann ich erschießen. Wie ist denn immer, alle versuchen hier runter zu, das war jetzt aber unfair. Also wenn man Diegel-Headshot hinkriegt, dann ist das doch, ist doch keiner böse, oder? Weil der ist so unrealistisch. Kommt doch die Entfernung drauf an. Er ist nicht unrealistisch. Also Sascha, du wirst schon treffen, Sascha. Wenn man ein Skill hat. Sascha, du wirst schon treffen. Wenn. Alter. Alter. Bei manchen ist es halt fast zurück. Ich glaube, heute ist es Atta. Jetzt. Geh weg. Nein. Sag doch, dass es Atta ist. Ganz sicher. Ich kann ja gerne Slashkill ansetzen und dann wird er mich auf der Suche. Ich bin Deze, also heul nicht rum, Sascha. Für jede Runde. Versucht Storm schon wieder. Nein, ich wollte nur meinen Stuhl mitbringen. Naja. Keine Ahnung, wo Erzi gerade rumlungert. Komm hier nicht mehr raus. Das ist meine kleine Schulbücherei, wenn ich ehrlich bin. Was ist die wie sein Auto? Oder macht die Lampe kaputt? Mach doch das an. Ey, da. Das ist Saschas Auto, Reifenplatt. Ey, äh, 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 ich wurde angeschossen. Ich weiß nicht von wem, aber ich wurde angeschossen. Ich schaubel, äh, Lutsche hier, Aesthetics Fortbewegungsmittel. Angeschossen. Was? Hä, der hat doch auf dich geschossen. Müsse, der ist jetzt tot. Ach, Mist. Da lässt sich mal auf dich hin. Ja, weil das so aussah, als hätte der geschossen. Dann kann es nur noch, wenn es es sein, weil der da von hinten rumkam. Also ich weiß nicht, wer mich an sich geschossen hatte. Mich hatte irgendeiner angeschossen. Ja, ich kam von hier. Ja, knall mich ab und guck nach. Du hast schon Granaten vorhin rumgeschmissen. Ja, und? Wow, das waren Inzi, äh, nicht Incis. Aber ich glaube, es ist Erzi. Discos. Au! Haha, ist wirklich Erzi. Nein, der lebt noch. Ja, aber er hat, er hat mir Freunde mit Kiki in den Sack. Der Melon Launcher ist doch voll, den ich hier habe. Cool. Gleich mal entsorgen. Ey. Warum hast du einen Melon Launcher? Weil der hier gelegen ist? Also, ich habe Erzi getötet. Achso, okay. Ich habe Erzi mit dem Double, ich habe zwei Schüsse abgeballt. So, ich habe es einfach mal in den Himmel geschossen. Wie du klickst, würde ich sagen. Knapp an mir vorbei. Ja, aber ich knappe vorbei. Don't miss with me, Erzi. Also, wenn du 65 Meter um Fauchen fangen bist. Das Ding ist da hingeflogen und so an mir vorbei. Hat keiner gesehen. Ja, aber ich habe nicht mal ein Bild gesehen. Ah. Ja, nur weil du den nicht ziehst, das heißt, dass du den nicht triffst. Ja, ich treffe doch sowieso nicht, hallo? Ich hatte keinen Lust mehr. Ich gehe jetzt runter für den Traitor. Ja, aber gerade dann, wenn du nicht ziehst. Oh, der Traitor war. Ah, nee, ist das small. Sascha hängt ein bisschen auf der Schule ab. An. Schuldach. Na ja, auf an. Wie ist auch ein Mann. Kacke, dann mache ich gleich wieder keinen Schaden, sollte ich mal wieder Traitor werden. Ja, sie machen wir. Also, fliegplatt. Na, Bledic macht das geschossen. Oh, da ist die Wahrheit gut im Sport. Trenn wird drum geschossen. Ähm, Mathis ist es übrigens. Er ist damit reingelaufen. Ästhetik. War nicht hier. War nicht hier. Da kommen wir nicht hoch. Sollen wir uns einfach im Panic Room einschließen, würde ich sagen. Ja. Danke, Bledic. Was denn? Ja, du hast mich gekillt. Ja, und? Ich habe ja wohl jetzt mehr Probleme als du, oder? Du hast so 800, meinst du? In 7 Sekunden weiß ich jetzt noch 3, ob ich Rage gut oder nicht. Ich bin innocent, sehe ich jetzt schon. Das gibt's doch mal nicht so ein Scheißspiel. Ich kretze hier, ey. Er ist also kein Traitor. Oh, der geht los. Da sind mir sogar meine Frames abhandengekommen. Safe call, Atta, Traitor. Äh, Aesthetik kann mich ja gerne prüfen, wenn er mag. Ja, wo bist du? Ich meine hier. Also, ich glaube, Atta. Oh, nein. Warum das denn? Äh, Static. Portable Tester meint er, du Vogel. Ach so. Hast du ihn jetzt umgebracht? Letzte Runde hat er noch gesagt, ich soll ihn umgebracht. Alex, du Idiot. Warum bist du denn so ein Scheiß? Ich kann ihn doch wiederbelehen, ist doch nicht schlimm. Geht ihr bitte alle runter, ich hab Angst, hier aufgehalten zu werden. Hör auf zu schießen dahinter. Das ist doch what the fuck einfach nur. Rechts von dir. Hallo, Atta. Das ist die sichere Methode. Ja, stimmt. Oh, ausgetürzt euch. Das stimmt. Ich hab perfekt dich jetzt da rum. Hey! 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 Ich will dich nochmal töten, ja? Er ist elegant! Oh, läuft! Beam! Es ist Stevie! Ich seh nix. Stevie! Du hast immer gestorben. Nein! Oh! Hey! Erzi und ich sind safe. Erzi ist fast tot. Storm ist es! Okay. Storm! Storm! Es ist doch jede Folge hier, das ist so lächerlich, ey. Storm! Storm! Das stimmt überhaupt nicht. Nein, du warst schon siebenmal heute. Ich hab mitgezählt. Echt? Ich hab überhaupt einmal getroffen. Ich bin extra abgeholt. Trotzdem hat man rausgehört, dass ich es war. Das war so blöd. Das weiß ich nicht. Das sah aber so aus. Du hättest da hengebleiben sollen. Du warst schuld. Also, kannst du mich ja tippen? Ich lass mal dabei. Er hat sie nicht angepappt, er hat sie geworfen. Oder sie ist hier klingengeblieben. Ja, sie ist an seinem Zeh hängengeblieben. Ich hab ja vorher liegen. Ja, aber am 11. Und fuck. Ja. Und wisst ihr, was ich für verdreht bin? Sie ich gerade? Ich bin klatscht, Alter! Ey! Ich wär zu schwanger. Das geht gar nicht im Koppe. Erzi, nimm dich, sonst kriegst du ne Persma-Anbacke. Rage, attest du nämlich die Folge. Das ist aber schön. Ey, ich geh auf, die Scheiße! Ding! Alles klar. Geh doch auf! Du musst runterkommen von der Leicht. Du musst es voll unten machen. Du musst erst mal ein bisschen runterkommen. Du musst erst mal ein bisschen runterkommen. Als wenn man das nicht von... Nein! Alter! Alter! Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ihr übersteuert alle grad so ein bisschen. Ja! Was ist hier los? What the heck? Was ist hier los? Ach man, die blöde Tür. Was ist hier jetzt los bei euch? Da hat jemand... Da hat jemand einen Lachflash. Das ist grad ein bisschen suboptimal. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Aber der hat einen Lachflash. Der kriegt das grad nicht unter Kontrolle. Was ist hier los? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ganz ruhig! Gehst du gerade Atta wieder? Bitte nicht! Atta ist wiederbelebt worden! Oh Gott! Ah! Da hat jemand gestorben? Nein! Ich wurde angeschossen vom Gift. Und das höchstwahrscheinlich von dir. Von mir? Ne! Ja! Nein! 100% nicht! Da haben wir den Mattes. Oder von einem hier drin, aber das ist jetzt zu spät, ums festzustellen. Oh wow! Von mir oder von einem hier drin! Oder von irgendeinem anderen! Ja! Die Tür stand auf! Warte! Zur Sicherheit häng ich dir eine Plasma! Nein, nein, nein! Hör auf! Oh, Alter! Der war knapp, ey! Komplett! Wow! Ist der jetzt gestorben? Nein, nein! Er hat sich knapp an mir vorbeigeworfen. Zum Millimeter! Wo war ich denn? Ich könnte kotzen! Ja, genau! Schmeiß eine Random-Granate hier ins Gesicht! Ich habe eine Plasma noch bei mir! Will sie jemand? Ich halte mich ein wenig am Leben! Ja, toll! Mein Heilgerät ist im Arsch, na toll! Ja, das ist gut! Ja, es kann hier... Nein, der geht vorbei! Irgendwer schießt da! Na toll! Atta, warum schießt du auf den? Hallo? Atta ist ein bisschen pisst! Hast du doch mitbekommen! Wie hat Atta denn geschossen? Ich fall jetzt um! Nein! 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 Rips noch! Da ist er down! Einfach vergiftet! Okay! Aber was sehe ich nicht ein? Doch! Alter, die Scheiß-Naggiff heilt euch auch nur, wenn ich auf euch schieße! Egal, was ich mache! Es gibt's, ey! Ich katsche! Ich habe einen Stock der Esthetic, Alter! Weil Atta auf dich geschossen hat! Und ich dachte, du wärst... Und ich habe auch nicht mehr geschossen, weil der so an meinem Arsch geklebt hat! Ich dachte, er wollte jeden den Abbrück mit seiner schossen! Alter, Esthetic! Ja, ich habe aber auch keinen einzigen Schuss abgesetzt! Der hat mich ja nicht getötet! Ja, du hast ihn aber auch voll runtergeschossen! Ja, ja! Meine Nanggiff hat ihn geheilt! Kann gar nicht sein! Ich wollte zumindest die Action! Ich höre wieder, Erno! Ich hasse dieses Verdammte Spiel! Ich hasse es einfach! Aber... Aber Ästhetik, als der Hatta da hochgekommen ist... Ach! Etai, Mann! Hey wenn... Jetzt habe ich 6 HP Schaden gegeben, du Arsch! Ohhhhhhhhh! Ooooooooooohhhhhhh whoaaaaaaaaaaaa!!! Что? Was kannst du dem? Oh, das ist jetzt ein Treff! Was ist das kein batum?! Drei Aufnahmenrunden, die wir heute gemacht haben ... Heutlichen Sonntag! Hatta? Und nix! Ich hab schon sieben Aufnahmen hintereinander keinen Tee gehabt. Was war das denn? Ich weiß nicht wie folgendes war, aber ich konnte nicht bei 27 Mal in Folge nicht Tee oder D. Zählst du das jedes Mal nach oder was? Das sind immer noch nur fünf Folgen. Hallo. Hatta hat übrigens einen Traitor Skin. Einen Traitor Skin, genau. Wie spielst du zu der Marke wie es auf dem Weg gerade? Warum hab ich hier drinnen? Ja wenn du mal von mir da reingeschafft kriegst. Du hast so wenig Karma, du kriegst mir eh nicht. Hier ist grad irgendjemand. Ich weiß. Ich glaub ich könnte mit der Double Barrel voll auf dich ziehen und du stirbst nicht. Lass mich das mal ausprobieren. So ich hol da mal Mrs. Erfie wieder. Ich bin eh untrettbar von den Kunden her. Was? Da liegt einer, Alter. Hier liegt Sascha. Sascha. Versuch mal. Oh, er stirbt doch. Alter. Leute. Was ist das? Was ist das? Alles klar. What the? Wir haben den ganzen Haufen Reichen. What the? Was ist da passiert? Da ist jetzt. Gebert hat jetzt auch ein Flachfleisch. Was ist das? Oh Gott. Alter was ist denn eine Runde? So witzig. Alter ich hör die Schüsse. Alter was ist denn hier los? Das Sacker Modus gewesen oder was ist denn los? Au, schießt du auf mich? Hör auf! Danke, er hat sie wirklich gekehlt. Ich hab dich nur gekehlt, weil du jemanden gekehlt hattest. Ich hab doch gesagt, ich probier jetzt mal aus, ob ich mit dem Karma Aesthetic umlege. Au! Dann wurde ich auch direkt gekehlt. Ich werde ja noch bescheuert, das ist ein Scheißspiel. Ich weiß jetzt schon, wie ich diese Folge nenne, ganz ehrlich. Hat das Rage-Runde oder so? Warum wird man hier aber angeschossen, ungegründet? Ich hab jetzt nicht gefährlich gewesen. Ich bin jetzt auch mal Trigger-happy. You're this just for fun. Soll ich was noch mal probieren? Jetzt hast du noch weniger. Jetzt hab ich aber keine Double Barrel, warum haben wir jetzt zwei Detes? Warum bist du fast tot? Weil Matos mich angeschossen hat. Du hast ihn wenigstens gekillt. Nein! Hätte ich mich erst noch umgedreht und so weiter, hätte er weiter geschossen. Ey, du warst doch erst letzte Folge Komona, als ob du es nochmal wirst. Was wird das, Matos? Warum schießt du? Matos, du hast mich einmal getroffen. Echt? Ja. Wo bist du denn? Oben auf dem Dach. Ich lauf auch oben auf dem Dach rum, Alter. Mit einem Gebäude. Ach da, ja, ja. Braucht es nicht, ich hatte schon Paddingens gesehen. Was ist? Alles klar, alle! Alter! Was siehst du denn aus? Alle rein! Party hard, go go! Ich weiß da jetzt nicht in die hin, ja? Ja, glaub ich dir. Oh Gott, hab ich raus da. Danke. Da kommen immer mehr. Ich will Atta heilen und vier, fünf Millionen Leute kommen in diesen Raum hier. Hatte gerade zufällig der Storm einen Bubarang kurz in der Hand? Oh, hallo? Nein, ich hatte nichts in der Hand. Ja, natürlich sagst du jetzt nein. Du sagst los, sorry. Ich schenke euch den Smoke. Ich bin so rausgerutscht, der Bubarang. Ich hab nochmal Plasma in der Hand. Ja, der Nate hat mich geschmissen. Ah, so ne Smoke. Ich hab doch gesagt, ich schmeiß ne Smoke. Jetzt sind der in die Smoke geworfen, also Vorsicht. Na, nur ne Smoke und ihr brennt von meiner Tür. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich auch noch ausräuchern hier? Ich glaube, die Map... Also irgendwie ist diese Runde gar nichts, Vater. Naja, lustig. Such die ganze Zeit Stille. Hi. Geh weg! Kaufst du etwa gerade? Geh weg! Kaufst du etwa gerade? Nein, ich hab beobachtet, was die gerade treiben. Lass die armen Leute hier... Ich hab die Pistole und hab die Nase. Du Genase? Ja, wie wollt's mich eigentlich nennen? Hat zufällig von euch... Hat irgendjemand ne Double Barrier von euch? Ich wollte nicht anders nennen. Ich suche auch meinen Witz. What the? Ich würde mich auch bereit erklären... Was schattet die aus? Das ist meinst du bei dir hier? Ja, dann bleib ich hier. Zumindest dich vom Server da zu kicken quasi. Ich glaube, Atta will... Atta ist es! Atta ist es! Ernsthaft? Ich hab' ihn geheilt? Ja, genau Sascha! Na, aber man... Also, entweder ist es Atta... ...oder... ...er hat einfach keine Lust, noch mal den Zappen... Hallo! Oh Gott! Das ist sein Server, er hat sich gerade selbst zum... ...zum... 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 Mal eben so. Oh, ich hab' Atta gefüllt. Wer eskaliert denn jetzt schon wieder? Erzzy ist es! Erzzy ist es! Erzzy ist es! Der ist zu dem... ...deb... 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 Ich hab' den so schnell weggeknallt. Ich krieg' den nicht gell! Der ist hier bei mir, glaub' ich. Ich... ich... ich auch nicht. Ich krieg' den nicht identifiziert. Der muss hier bei mir... Der Leiche ist eh weg. Der Leiche ist weg, der ist wieder aufgezogen. Muss er, bitte. Also, die Türen sind unten zu gewesen. Jetzt zieh' ich den Zorn von Atta auf, Michael. Hm... Wo könnte der denn... Oh ja, das will ich sehen. Ja, ich hab' ihn gerade in seiner ersten Runde als Traitor gekillt. Ei, ei, ei. Ah, hier liegt er. Und dann hab' ich ihn auch noch geheilt. Und dann war er es auch noch. Da drin ist er. Und Lennyk macht aber irgendwie keinen Schaden. Aber ich kann's versuchen. Los, roll' gar nicht vor! Ich steh' nur im Weg, ey. Was zum Henker ist denn jetzt hier gerade los? Ich treff' ihn nicht, was ist das? Doch! Ich mach' keinen Schaden, irgendwie. Ich weiß nicht warum. Was zum Henker? Wieso macht man keinen Schaden? Wieso macht man keinen Schaden? Völlig legitim, dass du mich da gekillt hast. Aber, mal ehrlich, ähm, fast ausschließlich wart ihr nur zusammen auf einem Haufen. Da kann man gar nichts machen. Ich war... Und ich konnte nichts machen, weil Mattes mich oft angeschossen hat. Hm? Äh... Und... Und... Hatten auch 19 Leute gehabt. Äh... Und dann hab' ich dich auch noch wiederbelebt, weil ich dachte, du wärst es nicht wiederbelebt. Äh, geheilt, weil ich dachte, du bist es nicht. Ciao! Da ist schon jemand gestorben von der Double Barrel. Ich glaub' Haben die jetzt gerade schon wieder ausgetestet? Nein! Ich bin... Ab da! Was sagt eigentlich meine Kamerzahl? Ich hab' aussehen noch nie geschossen. Am besten, dass wer noch wiederbelebt wird. What the fuck? Ausversehen! Ausversehen! Ja, ich hab' mir gedacht, dass ich die Double Barrel anhand hatte. Wollte eigentlich zoomen und das stand irgendwie. Tut mir leid, das fertig. Lauer ab, dass der erst mit Steuerung ich kontrolliert. Äh... Nein. Hast du ein bisschen lang auf die Unidentifizierte welche geguckt? Weil ich hier sogar hab' scheiß, was hab' ich getan. Äh... Ich weiß ja nicht. Ihr habt schon wieder Anzeige-Bug. Was soll ich? Na... Anzeigefehler. Komm, schnör' mich ab. Ich warte im Klassenraum auf dich. Äh... Was soll das denn jetzt? Ich warte im Klassenraum auf dich. Ich schnör' dich einfach auf... Ich schnör' dich auf... Ich schnör' dich auf... Was willst du, Mathis? Ästhetik ist nicht nachtragend. Nein! 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 Ich schnör' dich wieder auf Ästhetik! Ihr wart' ja auch nicht an, wenn wir zu schießen! Das hat er doch nicht mal gemacht! Nein! Du hast keinen Schaden und er ist halb tot! Ästhetik, bleib' in dem Klassenraum! Ästhetik, komm her! Ne, du kommst hier nicht rein! Ihr wollt' mich doch alle verarschen! Leckt mich doch alle am Hohen! Du verarschst uns doch gerade hart! Alter, Leute, ey! Bin ich hier schon witzig, muss ich sagen! Geil! Ich auch! Mann, Mann, Mann! Komplette Eskalation, Leute! Nehm' es ist! Jetzt krieg' die Tür fest! Scheiß! Mach mal Sascha, ich schieß' jetzt einfach mal auf dich! Ne, lass' mal! Da! Tanz! Wuhu! Hier, raucht' nicht so viel! Das ist meine geile Scheiße! Wer Ästhetik noch einmal geschießt, dann krieg ich meine Wache zu schießen! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hier ist die eurer Bastelknopf! Was? Hast du gesoffen? Ne, das ist ein Insider! Ja, du konntest nicht mehr ertragen, da hat er gesoffen. Dir ist aber da plötzlich so gute Laune. Ja. Mhm, total. Kann man jemanden ersorben? Ja, das ist die Welt schön. Aber es war komisch, er ist ja nicht gesagt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, ja. So, an alle Ansagen mal. Macht mal ein bisschen Platz und gebt dem Trainer eine Chance. Ich bin gerade extra von der Gruppe weggelaufen. Und plötzlich sind alle hier oben bei mir auf dem Dach. Ja, ich hab vorhin auch fast alle. Falls sich alle gerade gedacht haben, boah, hier unten ist so viel los, ich geh mal weg. Ja, Bullshit sowas. Und da kommt ein Staumfeld angerannt. Wer ist da hinten, da hinten, achso. Oh. Hast du es aktiviert, oder was, hä? 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 Wer schießt da unten? Hallo Atta. Ich bin Atta. Wo? Ich würde gucken, ob keiner guckt. Oh mein Gott. Was machen wir hier, ne? Bist du hier einer? Ich? Nein. Was meinst du, warum ich hab keinen Traitor zu tun? Wir sollten uns mal ein bisschen auseinander stellen. Denkst du, ich bin's? Ja, weil Atta Traitor ist. Ja, ich glaub auch. Hat er gerade gestorben? Ja, hat wahrscheinlich. Ja, Atta ist gerade gestorben. Aber wo ist die Frage? Mathis, geh weg. Mathis, geh weg. Ich hab ne Plasma für dich. Da ist ich nicht für dich. Hab ich für ihn weggeschmissen. Ja, schade. Mathis klebt mir am Arsch. Ich kleb dir doch am Arsch. Wollen wir ein bisschen spielen? Wie auf der Lava? Was meinst du? Ja, spring mal rein. Guck mal, ob das Wasser zu warm ist. Guck mal, ob das Wasser zu warm ist. CV, geh weg. CV, geh. Los jetzt. Was, wenn, nicht? Hier unten geht's Party. Danke. Hier liegt eine unidentifizierte Leiche vom Dete. Ist ja nicht so, dass das gerade gesagt wurde. Storm ist es. Los. Was? Wow. Wow. Oh, die sind auch gut. Wir tot und verderben. Ja. Erstmal auf Holz klopfen. Er lebt nur noch. Ach, er ist tätig. Und ich schon wieder. Meine Deckung nützt dir nix. Warte kurz, ich muss nachladen. Ich kann gleich weitermachen. Ach, jetzt. Drei Sekunden, dann weiß ich, wo du bist. Ah, da bist du ja. Ach, guck dir nix. Schieß doch. Oh, jetzt hast du den Bomberang. Das ist natürlich ne Machtposition jetzt. Guck doch nochmal. Oh. 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 Ästhetik, dein Plan hatte Lücken. Ich hab nicht gerechnet damit gerechnet, dass ihr voll Deppen da reingeht. Bitte mal. Sorry, das war ich. Sie dürfen. Gut, Leute. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Part. Schaut doch mal in die jeweiligen Videobeschreibungen. Dort sind auch die anderen verlinkt. Und ich würd sagen, bis dahin. Und ciao. Ich bin Traitor. Juhu. Juhu.